Hallo liebe Nerds! In diesem Video geht es um 10 Dinge, die dem Thema OER untergeschoben werden. OER, das steht für Open Educational Resources. Darüber wird viel diskutiert, aber die Debatten sind manchmal etwas mühselig. Das liegt daran, dass dem Buchstaben O in OER total viel untergeschoben wird, wofür der Buchstabe eigentlich gar nicht steht. Mit OER werden Themen verbunden, die gar keine OER-spezifischen Fragen sind. Hier kommen 10 Dinge, die häufig mit OER gleichgesetzt werden, aber spätestens beim zweiten Blick weder hinreichende noch exklusive Merkmale von OER sind. 1. Das O steht nicht für digital. Es ist vielleicht der verbreitetste Kurzschluss zu Open Educational Resources, dass OER immer digital sei. Aber keiner der drei Buchstaben OER steht für digital und man kann sogar OER auf Papier machen. Umgekehrt gibt es auch Materialien, die sind zwar digital, aber nicht offen. 2. Das O steht nicht für Amateur oder für unprofessionell. OER lässt sich genauso gut professionell produzieren wie nicht offene Materialien. Dafür gibt es tolle Beispiele wie OER von Schulbuchverlagen oder preisgekrönte MOOCs. Umgekehrt soll es durchaus schon vorgekommen sein, dass nicht offene Materialien amateurhaft produziert worden sind. 3. Das O steht nicht für kostenlos oder für unkommerziell. Man kann mit OER sehr wohl Geld verdienen. Das gilt bei konkreten Materialien, zum Beispiel im Rahmen von Auftragsarbeiten und auch bei Plattformen wie bei Amazon oder bei meinunterricht.de. Umgekehrt kann man unkommerziell arbeiten und seine Materialien zwar kostenlos, aber nicht offen teilen. 4. Das O steht nicht für Bildung. Okay, bei der UNESCO wirbt man mit dem Slogan Bildung für alle für das Thema OER. Aber sowohl bei der UNESCO als auch überall sonst, wo ernsthaft über Bildungsgerechtigkeit nachgedacht wird, weiß man, dass zur Bildung mehr gehört als nur Ressourcen, ob sie jetzt offen sind oder nicht. 5. Das O steht nicht für Qualität und auch nicht für fehlende Qualität. In politischen und fachlichen Debatten wird immer wieder die Frage nach der Qualitätssicherung zum zentralen Thema für OER erhoben. Warum eigentlich? Die Q-Frage ist keine O-Frage. Alle Maßnahmen, die wir in Sachen Qualitätssicherung bereits von nicht offenen Materialien kennen, lassen sich auch auf OER anwenden. Und umgekehrt ist es ja nicht so, dass wir bei nicht offenen Materialien keine Probleme bei der Qualität kennen würden. 6. Das O steht nicht für Lobbyismus. OER ist das Einfallstor, mit dem Lobbyisten ihre manipulativen Materialien in die Schulen und damit in die Köpfe bringen. So lautet ein verbreiteter Vorwurf gegenüber OER, den man durchaus als gefährlichen Mythos bezeichnen kann. Denn OER unterscheidet sich nur in einem einzigen Punkt hinsichtlich der Eignung als Lobbymaterialien von nicht offenen Materialien. Das ist die Erlaubnis zum Verändern und zum Bearbeiten. Alles andere lässt sich auch ohne das O machen. 7. Das O steht nicht für Auffindbarkeit. OER-Materialien sind nicht immer ganz einfach zu finden. Das bemängeln sowohl die Theoretiker als auch die Praktikerinnen. Und da ist auch was dran. Aber das ist keine spezifische Eigenschaft von OER im Vergleich zu anderen Bildungsmaterialien. Auch bei nicht frei lizenzierten Materialien gibt es ja nicht so etwas wie ein Zentralverzeichnis. Und in den meisten Fällen sind die Materialien nicht einmal für die Suche optimiert. 8. Das O steht nicht für links. Bisweilen wird OER mit einer politischen Richtung gleichgesetzt, nämlich mit der Linken. Das mag in Deutschland halbwegs zutreffend sein, lässt sich aber mit der internationalen Brille nicht halten. In den USA beispielsweise findet OER Anklang bei vielen Republikanern. Die wollen damit Homeschooling unterstützen oder auch die Anpassung an lokale Gegebenheiten. Auch die Position, alles was öffentlich finanziert wurde, sollte auch offen allen zur Verfügung stehen, ist nicht eindeutig einer politischen Richtung zuzuordnen. 9. Das O steht nicht für Rechtssicherheit. Auch wer mit OER arbeitet, ist nicht vor Arglist oder vor Fehlern im Umgang mit dem Urheberrecht geschützt. Auch mit freien Lizenzen sind Abmahnungen und anderes Ungemach denkbar. Wenn man so will, könnte man sagen, mit OER wird der Umgang mit Urheberrecht und Lizenzen demokratisiert. Im Schlechten wie im Guten. 10. Das O steht nicht für Pädagogik. Mit Open sind nicht zwangsläufig pädagogisch progressive Konzepte verbunden. Man kann Lehren und Lernen mit OER sehr stark auf Struktur und auf Kontrolle ausrichten. Und umgekehrt gilt, Konzepte offener Pädagogik kennen wir schon viel länger als Open Educational Resources. Fazit. In Diskussion um OER wird das O wie Open häufig mit Eigenschaften besetzt, die mal mehr, mal weniger OER-spezifisch sind. Zu den meisten, gerade vielen kritischen Punkten lässt sich festhalten, an OER werden Anforderungen gestellt, die andere Materialien so pauschal nicht erfüllen müssen. Die tatsächliche Grenze verläuft weder entlang von Digitalisierung, Professionalität, Kosten oder Pädagogik. Das Gegenteil von OER sind nicht analoge oder professionelle oder kostenpflichtige Materialien. Es ist im Grunde ganz einfach. Das O in OER steht für Offenheit, nicht für mehr, nicht für weniger. Offen im lizenzrechtlichen Sinne. Besser auch noch im technischen Sinne und im Sinne der Barrierefreiheit. Im besten Fall auch noch mit einer offenen Haltung gegenüber der Welt. OER kann hilfreiche Beiträge für eine bessere Bildungswelt liefern. Aber OER alleine ist weder Ursache noch Lösung für alle Probleme rund um Bildung und Bildungsmaterialien. In diesem Sinne, bis bald. Übrigens, das Gegenteil von OER sind PER, Proprietary Educational Resources. Untertitelung im Auftrag des Lieders Untertitelung des ZDF, 2020